Hallo zusammen, begrüße euch zur nächsten Programmvorschau. Ja, geht jetzt wieder über zwei Tage. Der erste Teil, mein Teil, war gestern aufgenommen am 18.11. Und heute ist ja schon der 19.11. mit Jakobs Predigt. Ist natürlich der weitwichtigere Punkt oder die weitwichtigeren Punkte darin. Aber im ersten Teil habe ich dann trotzdem noch so ein bisschen was gesagt und kann sein, dass es dafür dann auch wieder Kritik hagelt. Das macht aber gar nichts, denn, ja, ich bin halt nicht so wie der Retzo. Es kann nur eine Meinung geben. Tja, nee, bin ich nicht so. Bin ich jetzt nicht so fanat drin. Könnt ihr dann gerne wieder schauen bei VK, Bitchute, Odyssee, Getrailer bei Rambl und dreimal YouTube. Okay, dann vielleicht bis gleich. Macht's gut. Tschüss.